Experte N-Star Anne Wünsche, lässt sie sich nach Baby Nummer 3 sterilisieren? Anne Wünsche gibt private Einblicke. Zwei Töchter hat die ehemalige Berlin, Tag-Nacht-Darstellerin Anne Wünsche, 30, bereits, zurzeit erwartet sie ihr drittes Kind. Die werdende Mama teilt schon jetzt fleißig Schwangerschafts-Updates auf Instagram. Auf die Frage nach weiteren Kindern mit ihrem Partner Karim Elkamuhi, 32, antwortet sie in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram jetzt aber ganz deutlich. Kein weiteres Baby geplant. Auf Instagram gibt Anne Wünsche oftmals intime Einblicke in ihr Privatleben. Ob Einschulung, Urlaub oder täglicher Familienwahnsinn, ihre Follower sind immer dabei. In einer Fragerunde antwortet die Influencerin nun gewohnt offen. Auch bei dieser persönlichen Frage, wird das dein letztes Kind sein oder hält die Zukunft noch einiges bereit? Punkt bei dem Thema antwortet Anne Wünsche klar und mit Nachdruck, nein, das wird tatsächlich das Letzte. Wie ernst es ihr damit ist, zeigt ihre Erklärung, ich spiele schon seit Wochen mit dem Gedanken, mich danach sterilisieren zu lassen. Ein großer Schritt, und deshalb fragt Anne Wünsche ihre Community. Welche Erfahrungen ihre Follower schon mit solch einem Eingriff gehabt hätten und trägt einen Erfahrungsaustausch an. Liebes Comeback in diesem Jahr Erst Anfang 2021 gab es das große Liebes Comeback bei Anne Wünsche und ihrem Partner Karim Elkamuhi. Im Oktober 2020 hatten sich die beiden nach nur einem Jahr Beziehung getrennt. Nun erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte Anne, die aus früheren Beziehungen schon die Töchter Miley und Duna hat, ihren Follower mit, dass sie sich sehnlichst einen Jungen wünsche. Gesundheit ist das Wichtigste, ja. Aber man hat ja einen leichten Wunsch. Mädchen wäre auch toll, aber Junge halt einfach Favorit. Natürlich werde sie das ihren Fans zeitnah mitteilen, sobald sie das Geschlecht wisse. Der Geburtstermin ihres dritten Kindes ist für den 6. Juli 2022 berechnet worden. Der Geburtstermin ihres dritten Kindes ist für den 1. Juli 2022 berechnet worden.